Hallo und Willkommen bei Reiseliebe Europa. Wir sind Xenia und Holly und ihr findet uns auf YouTube und Instagram. Im Frühjahr haben wir eine vierwöchige Reise durch Slowenien und Kroatien gemacht und möchten euch unsere Highlights in einer Serie von Videos vorstellen. Die Videos werden wir nach und nach veröffentlichen. Mitte April 2024 haben wir diesen wunderschönen See in Bleed umrundet. Das Wetter war fantastisch mit strahlendem Sonnenschein und warmen 29 Grad. Nach einem köstlichen Frühstück im Haus Toha in Zazib machen wir uns auf den Weg. Der See hat eine atemberaubende Farbe und die märchenhafte Umgebung mit der Insel und der Kirche in der Mitte des Sees sowie die Bleder Burg sind ständige Fotomotive. Auch das Gebirge mit den schneebedeckten Gipfeln ist einfach malerisch. Man kann sich immer wieder auf einer der zahlreichen Bänke ausruhen und den Anblick genießen. Wir sind vom Parkplatz aus genau sieben Kilometer gelaufen mit einem kleinen Abstecher zu einem Restaurant in Bleed. Man kann auch mit dem Boot, genannt Plättna, zu kleinen Insel rudern, aber das war uns zu touristisch. Die Form des Sees ist kein Zufall. An seiner Stelle befand sich einst ein tektonisches Becken, das vom Bohinia Gletscher geformt wurde. Auf diesem Weg stand ihm ein großer Felsen im Weg, den er so lange abschliff, dass nur noch die heutige Insel davon übrig blieb. Das Eis schmolz, das Becken füllte sich mit Wasser und der Bleder See entstand. Mit einer Tiefe von bis zu 30 Metern begeistert er auch Taucher. Bled liegt im Nordwesten Sloweniens, in der Region Oberkrain, nahe den Julischen Alpen und im Triglau-Nationalpark. Hoch oben auf einem steilen Felsen, 130 Meter über dem See, thront die Bleder Burg, die älteste Burg Sloweniens. Die Nähe zu den Alpen und die idyllische Landschaft machen Bled zu einem beliebten Reiseziegel für Natuliebhaber und Sportbegeisterte. Auf der Insel im See steht die barocke Marienkirche aus dem 17. Jahrhundert. Besucher können die 99 Stufen zur Kirche hinaufsteigen und die berühmte Wunschglocke läuten. Die natürlichen Thermalquellen von Bled speisen die Schwimmbäder in den Hotels am Ufer des Sees und sind für ihre heilende Wirkung bekannt. Neben dem Wandern rund um den See bietet die Region zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Schwimmen, Rudern und Paddeln im Sommer sowie Wandern und Klettern in den umliegenden Bergen. Im Winter verwandelt sich die Region in ein beliebtes Skigebiet für Langläufer. Bled ist bekannt für seine kulinarischen Köstlichkeiten, insbesondere die Bledercremeschnitte, eine lokale Spezialität aus Blätterteig und Vanillecreme. Das ganze Jahr über finden in Bled verschiedene kulturelle und sportliche Veranstaltungen statt. Darunter das Bleder-Tage-Festival im Juli und das Bleder-Ruder-Festival. Es gibt auch noch eine schöne Legende zur Entstehung des Bledersees. Wo heute der Bledersee liegt, war einst ein grünes Tal mit einem Hügel und einem Felsen, um den nachts die Bergfeen tanzten. Die Hirten weideten dort ihre Schafe, die das Gras um den Feenfelsen abfraßen. Die Feen baten die Hirten, den Tanzplatz einzuzäunen, damit das Gras dort weich bleibt. Doch die Hirten ignorierten diese Bitte. Eines Nachts brach sich die jüngste Fee beim Tanzen das Bein. Zornig lockten die Feen Quellen und Becher aus den Bergen herab, die das Tal fluteten. Nur der Hügel mit dem Felsen blieb als Insel im See erhalten, wo die Feen fortan in Ruhe tanzen konnten. Obwohl die Feen längst verschwunden sind, blieb der wunderschöne See mit der Insel bestehen. Und das ist der heutige Bledersee. Wenn ihr Lust auf noch mehr Abenteuer habt, dann abonniert unseren Kanal. Reise liebe Europa!